So, servus Leute, weiter geht's bei Another Code Recollection. Äh, da ich die Folge heute am selben Tag aufnehme, wie sie kommen soll, äh, dürften wir jetzt etwas später haben als 16.15 Uhr. Und wir wollten... hier raus. Genau. Wir müssen irgendwas suchen. Letztens haben wir das Diskettenlaufwerk gesucht, für den Laptop und haben die Diskette gelesen und jetzt müssen wir... ich hab's vergessen, was suchen. Sehr gut. Das Telefon kündelt. Immer mal da dran. Hallo Telefon. Katzin? Wir wohnen sich hier. Hallo? Ashley, ist das du? Jessica! Wie war die Reise? Okay, ich glaube. Du solltest rausgehen und sich geniessen. Ist dein Vater da? Er ist im Labor. Was ist passiert? Ich verstehe. Er hat gesagt, wenn er zurückgekommen ist? Nein. Er hat nicht viel gesagt. Wie immer. Okay. Ich versuche es später. Ich versuche es später. Oh. Ashley! Das Geheimnis des Lake Juliette Was ist falsch? Neue Feature installiert, Water Quality Analysis Was ist falsch? Was ist falsch? Was ist falsch? Water Quality Analysis? Ich glaube es hat eine neue Funktionserklärung gebracht. Funktionserklärung Das, das kann die spektralen Spiegelungseigenschaften einer gescannten Flüssigkeit analysieren und dieser Flüssigkeit enthaltene Substanzen als Molekül darstellen. Weiterhin kannst du die Substanzen mit anderen Molekülen vergleichen, die in seinem Speicher abgelegt sind. Ich speichere nämlich den Molekül Schadstoff. Und was das bedeutet? Bin ich Wissenschaftler? Ja, es ist ein bisschen verwirklich, aber ich denke... Kann der wahrscheinlich sagen, was er gut ist oder nicht. Wir können die Wasserqualität nur durch das DAS testen. Also können wir die Flüssigkeit mit diesem Ding unterscheiden. Mein Vater hat alle verschiedene Featuren für das DAS, hm? Warum unterscheidest du die Flüssigkeit? Also ich weite dabei, ihre Mutter war hier, um Erinnerungen zu speichern. Das ist in der Halskette. Jawoll! Auf zum See! Ich wusste, die wird noch relevant. Wäre doch nicht für ein Rätsel, sondern nur dafür, aber hey... Olbmann, der ist nicht für ein Rätsel. Ja, aber klein ist wirklich eine sehr gute Beschreibung. Ich habe die Lösung. Das sind hier für viele. Das ist ja schon schnuckliges kleines Häuschen, aber... Klein ist wirklich eine sehr gute Beschreibung. So. Siedlung. Ob wir in andere Häuser eigentlich auch rein können, habe ich gar nicht mal ausprobiert. Sollte ich mal... Wo steht die Meerjungfrau, starten wir nochmal beim Glockenturm? Ich weiß, was wir sagen. Der kleine Tankkette ist nur für die Häuschen. Sollte ich mal... Bei einem Glockenturm. Ich würde kurz gucken, ob ich in die anderen Häuser rein kann. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Wer wohnt denn hier? Hallo, darf ich hier rein? Was, ein süßes kleines Haus. Perfekt für einen entspannten Urlaub. Ich darf da aber nicht rein. Dann lass mich raten, in die anderen darf ich auch nicht rein. Die große Villa checken wir gleich ab. Ein schönes Haus. Durch das Erkerfenster sieht es echt... Was zum Bumms ist ein Erkerfenster? Das würde ich definitiv mieten. Was ist ein Erkerfenster? Erklär mir das bitte mal. Ich habe keine Ahnung. Ich weise den Begriffen um sich, ey. Ich will da rein. Mach auf. Mensch, das ist groß. Das sieht ja selbst größer als die Häuser neben... Das sieht ja selbst größer als die Häuser nebendran. Also was größer ist... Eigentlich ist das eine Villa und kein Haus. Ja, eben. Das passt eigentlich überhaupt nicht hier rein, dieses Protzgebäude. Aber gut. Muss ich da lang oder da lang? Da lang, glaube ich, ne? Es gibt zu viele Wege, ey. Da blickst du ja nicht mehr durch. Holy. Ich habe hier eine Karte eigentlich für den Gebiet. Bobs Food hat... Mit der Spezialität ist es auf dem Lake Juliet, den Lachsreisburger. An Kreisel rechts. Oh, der Burger sieht lecker aus. Den sollte ich probieren. Können wir ja hingehen. Er schlägt, wenn wir das Wasser gecheckt haben. Hallo. Wer sind Sie? Vielleicht wird es mehr standen, wenn ich es hier putze. Das sieht so gut. Ja, es sieht. Hey da, ihr zwei. Das Burger hier ist eine Spezialität von Lake Juliet. Du solltest einen selbst haben. Der Restaurant ist da. Ist das das Restaurant, die Vater meinte? Er sagte, dass ich meine Essen auf seinem Tab. Ein Tab, ey? Du wirst nicht sein, dass du Dr. Robin's daughter sein würdest, würdest du? Das ist mir. Ich bin Ashley. Ashley, natürlich. Er hat mir gesagt, dass du dich und dein Freund Er sagte, dass du gut geholfen und dein Freund wenn du da bist. Ich bin Bob. Ich habe das Haus. Schön, dass du dich, Frau. Bob Fox. Keine Name. Schön, dass du dich, Bob. Komm, bis zum nächsten Mal. Wenn du möchtest, all right? Ja, sicher. Danke. Ja, wenn das so ist, gehen wir doch gleich mal hin oder kommen. Das soll der Geiz. Guck mal, vielleicht mal in deiner um, oder? Ich wollte heute keine lange Folge machen, aber das können wir uns mal hier angucken. Bob, wo ist denn dein hier? Bobs Food Hut. Da haben wir doch schon. Und noch mehr Häuser. Das ist doch noch so ein großes Haus. Hey. So, dann gucken wir uns mal in deiner um. Ich kann zwar auf Paps Rechnung hier essen, aber ich muss die Wasserfaktik nahe der Meerjungfrau-Statue testen. Ich komme wieder zurück. Okay, dann halt nicht. Wisst ihr was? Der kleine Ort hier, erinnert mich so ein bisschen an Life is Strange in dem ersten Teil. So ein bisschen. Aber da gab es ja auch einen Deiner. Und kann man auch Fotos suchen, die ich nie alle gefunden habe. Life is Strange 1 möchte ich immer noch mal spielen. Ich habe ja die super, mega, duper Collection von True Colors, wo Life is Strange 1 und Before the Storm dabei waren, die Remaster, über die sich ja auch viele aufgeregt haben, weil sie, keine Ahnung, nicht so aussahen, wie sie es gewünscht hätten. und ich habe es nicht ganz kapiert, was die Kritik war, aber ist auch wurscht. Das ist der Spot. Ja, das ist ein gutes Ort. Fakt ist, es sind alles geile Spiele und True Colors war extrem, extrem geil und kam zum richtigen Zeitpunkt. See. Hallo. Irgendwo hier wäre der passende Ort. Jetzt muss ich das das starten und was das geht? Na dann, das starten! Und wo habe ich jetzt die Funktion für die Kamera? Kann ich jetzt hier mit der Kamera Analysen machen? Ah ja! Scan erfolgreich. Seewasser gescannt. Okay. Rätsel! Das Anzeigen des Molekülmodells der unbekannten gescannten Flüssigkeit. Vergleichen mit bereits registrierten Molekülmodellen. Jetzt können wir prüfen, ob die beiden Stoffe identisch sind. Wenn sie das sind, bedeutet das, dass das der See mit dem, was immer da drin ist, verschmutzt ist. Was? Dreh das blaue Molekülmodell so, dass es genau auf das rote Molekülmodell passt, wenn sie über ein... Nein, nein, nein... Äh... Äh... Oh Gott. Oh Gott. Ja, 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 das sieht doch schon gut aus, oder? Nicht? Ich dachte, das passt so weit. Oh, ne. Oh Gott. Die Steuerung ist aber auch mal wieder ein absoluter Traum. Heiligsblechle. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, was ich hier habe, oder etwa nicht? Das muss passen. Besser ging es nicht hin. Abgeschlossen. Danke. Ergebnis verschmutzt. Wow. Das ist die Erkenntnis des Jahrtausends. Damit hätte ich jetzt niemals gerechnet. Sag mir da, was es ist. das ist die Erkenntnis von deinem Vater. Das ist die Erkenntnis. Wenn wir herausfinden, was es ist, dann können wir die Erkenntnis finden. Und dann werden wir meinen Vater finden. Aber wie werden wir herausfinden, was das Erkenntnis ist? Hm. Ja, das braucht eine Vergleichsprobe oder was anderem, ne? Wir können versuchen, meinen Vater zu suchen. Oder erst mal was essen gehen. Oh, someone is hungry. Ja, I'm kind of starving. Let's take a break at the restaurant. And you can order, whatever you want, because my dad is paying. Alright. Dann, äh, los geht's. Ach ja, ich bin immer gespannt, was wir dann, wenn wir endlich mal rein können, im Glockenturm vorfinden. Und vor allem im Labor. Da kommen wir ja mit Sicherheit auch noch hin. Jetzt aber erstmal ins Diner und was essen. Aber die Analysefähigkeit gerade, wow. Das war so etwas dreckig. Ach was. Oh, Mr. Super Special Agent, dessen Namen ich schon vergessen habe. John Smith war es, glaube ich. Oh, komm mal, Matthew. Er ist ja auch so leise beim Laufen, ne? Hahaha. Sch, schau, schau. Er ist auf dem Telefon mit jemandem. Hey, Ian. Ja, das war ich. Mehr Probleme mit dem System. Uh-huh. Uh-huh. Oh. So, Dr. Robbins ist zurück in der Labe, dann. Und hast du den Dokumenten? Ist das so? Oh. No. Es muss da sein, irgendwoher. Wie viele Mal muss ich dir sagen? Das Resort der Krusow ist nicht verantwortlich für die Pollution. Entstanden. Ich werde bald in Kontakt. Ich war sicher, dass das Dokument war in der J.C. Valley. Meine Investition hat nur ein Räuf. Nein, überhaupt nicht. Ihr seid auch so unauffällig. Das ist so, wie bei RTL im Nachmittagsprogramm die Detektive. Wenn Sie da super unauffällig jemandem nachstellen. Am besten noch der Mikrofonarm vom Aufnahmeteam irgendwie halb ins Bild hängt. Katze. 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 Oh, wie niedlich. Sieht aus, als fände ich es sehr gemütlich. Ich sollte sie in Ruhe lassen. Um noch Katze streicheln. Warum halten sich Katzen eigentlich so gerne unter Autos auf? Auf dem Auto ist das Logo des Restaurants. Ob dieses Auto, das du genutzt, wird Dinge transportieren? Übrigens mal ganz kurz. Das ist ein Remake, ne? Und wir wissen alle, die Switch ist nicht die stärkste Konsole. Aber das hätte man doch etwas höher auflösen können, das Logo, oder nicht? Also das hätte schon drin sein müssen. Also Arc System Works, das war... Haltet ihr ein bisschen mehr? Ja. Na egal. Details, ne? Details. So. Das ist so ein lustiger Dosenautomat. Ich hab schon lange keine Dosen mehr eingesammelt. Ich achte doch überhaupt nicht drauf, wenn da irgendwo eine Dose rumliegt. Das ist mir ehrlich gesagt doch ziemlich wurscht. So, wo kommen wir hier hin? Ich mag es nämlich, dass das so groß ist, das Ganze hier. Die Villa war auch schon cool, ja? Weil es schön halt kondensed war. Aber das hier ist eine schöne Weiterentwicklung. Von der Exploration her. Tschüss, Matthew. Trottel. Ist mal im Ernst, du bist ein bisschen hinterhergerannt, denn es sehen müssen, wo er abgebogen ist. So viel Forschung haben wir da nicht gehabt. Ashley. Hm. Du hörst mich an meine Telefonkarte, nicht wahr? Du wusstest? Natürlich. Ich bin ein spezieller Agent, nachher. Also, wie viel hörst du? Ich hörte alles. Du sprachst über den Crusoe Resort. Ist das wichtig oder nicht? Das ist nicht wichtig. Das war die Klappe. Okay. Der Crusoe Resort war Matthews Dads' Firma. Ich weiß nicht, ich hab dem Handy gerade gehört zu dir geschoben, oder? Ja. 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 Genau. Na ja. 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 Hello, I don't know. Kribbissuppe. Ne, das ist ne Dose. Das ist kein Kranich. Leere Dose. Müll einfach auf den Boden zu werfen, ist ja generell schlecht. Aber hier wohnt doch jemand. Ja, schmeiß doch den Müll. Niemals einfach so in die Natur. Das ist richtig, richtig übel. Ich glaube, du bist so hoch raus, die du bei uns in der Nähe denke. Ach du Scheiße. Wie es dahinter aussieht, das will man sich nicht vorstellen. Das ist wirklich grauenvoll. Was ist denn hier drin? Ich geh erstmal da rein. Na ah. Ich sollte da nicht einfach unerlaubnis reingehen. Ein Vogel. Hallo Vogel. Na du? Und dir mach ich ein Foto. Du bist hübsch. Kamera. Komm, mach nochmal. Na komm. Jawoll. Ich mag es in der Natur, Tiere zu beobachten. Ich finde das immer sehr beruhigend und schön. Baumstämme. Hier bewahren sie mutig das ganze Holz der gefällten Bäume auf. Das sind ganz schön viele, wofür die wir sind. Wird doch draus gemacht. Oder es ist halt Feuerholz. Kann ich mich angucken. Kann ich auch nicht angucken. Gartenschere. Hm? Dieser Schere trinnt vermutlich Büsche und Pflanzen. Ich frag mich, wie lange es wohl dauert, den ganzen Garten zurechtzuschneiden. Also dem Ding lange. Warum stehst du auf dem Feld, Matthew? Und wie komm ich zu dir? Ah, hier. Okay. Gartenwerkzeuge. Diese Gartenwerkzeuge sehen aus, als wären sie häufig benutzt worden. Sonst wären es ja auch schlechte Gartenwerkzeuge. Oder der Gärtner, ein schlechter Gärtner. Matthew! Ashley! Wo ging er? Er sollte diesen Weg kommen, aber... Es ist so, dass er einfach geschehen hat. Er hat mir auch den Schluck gegeben. Oh Mann. Huh? Dasselbe Symbol wie aus dem Glockenturm. Hm. Ich habe diese Garten gesehen. Ja. Was denkst du, dass du hier machst? Halt es da, ihr zwei. Dies ist mein Garten. Und du schläfst. Ich bin sehr sorry. Was machst du hier? Äh, wir haben uns verlaufen, jemanden suchen. Komm, wir sind mal ehrlich. Wir sind ehrlich. Wir suchen jemanden. Und wer könnte das sein? Ein Mann mit Sonnenblumen. Hat er hier durchgekommen? Ein Mann mit Sonnenblumen. Das ist deine gesamte Deskription? Äh... Well, er ist groß. Und er hat einen Stuhl. Und er ist super sketschig. Niemand wie das hat hier durchgekommen. Jetzt, raus aus meinem Garten. Quickly, jetzt! Schuh! 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 Äh... Ja, genau. Let's go. Ich erkenne diesen Mann. Äh... Die Sonnenblumen sind weggekommen. Nicht zu nennen, dass eine weine alte Frau auf uns geschaut hat. Ich habe gepumpt. Gleiches. Und hungry. Und fachlos. Lass uns ins Restaurant gehen. Okay. Aber dann müssen wir die Erkrankung auf dem Computer schauen. Genau. Los geht's. Ich hab jetzt gesagt, was es gefunden hat. Einfach nur zu sagen, der Seh ist schmutzig. Ist halt so eine Info mit der kannst du nicht viel anfangen. Okay. Dann jetzt also endlich... Es sind Tommy und Janet. Oh, so cool, right? Oh, wow. Oh. Yo, Ashley. Hey, do you guys usually practice here? Yeah, the owner's great. He said we can use the place whenever there's downtime. Oh, cool. What were you playing? Did you write it yourselves? Not bad, huh? It was great. Well, I was the one who wrote it. Hang on. I helped. Ashley, I'm hungry. Who's this? He's a friend of mine. Ashley? He works at the guest house. Bob, the guy who owns this place, is out shopping right now. He ought to be back soon. I don't think he recognized you. Phew. So, your song, will it have vocals? Sure, of course. Our band's biggest selling points are Tommy's skill with a guitar and my tight-as-a-drum drumming. But you know what really brings it all home? Elizabeth's vocals. She's like our secret weapon. But despite us waiting for ages, our leader didn't show up today. Such a pain. What should we do, Tommy? Want to go look for her? She'll show her face sooner or later. But the band contest is just around the corner. And we need time to re-record our demo. Chill about the contest, okay? I'm just doing this to have fun. Something to look back on. What? But I'm totally serious. I want to hit it big. That's why you didn't bring your drums? I'm practicing at home. Looking at a whole drum set around, isn't as easy as lifting a guitar. Besides, if we're going to meet up as a band, the whole band needs to meet up. Even Elizabeth. Yeah, yeah, I know. Elizabeth's Stimme. I'd really like to hear Elizabeth sing. I really wish you could. She hasn't been super sociable lately. Oh, that's a shame. Now that you mention it, something is up with her. Yeah. She doesn't usually miss practice. It all started after we recorded our demo. Right. I ran into her near the boathouse earlier. I wonder, was she avoiding band practice? Noch ein Rätsel, das wir lösen müssen. Oder werden. You're pretty serious about the contest, huh? You play guitar, right? Did you consider entering? Actually, I did enter. For now. Aha! Ich wusste es! Ich hatte ein Gefühl, du wärst all über es. Ich konnte es in deinen Augen sehen, während wir performan. Ja? Was hast du gesehen? Okay, du hast mich caught. Ich bin in eine Band nach Hause. Also, als ich hörte, dass du und Tommy spielen... Was? Du bist in eine Band? Ja, ich spiele Gitarre. Oh, so cool. Ich denke. So, was ist dein Band? Es sind nur zwei von uns. Keyboard und Gitarre. Ist der Keyboarder eine Frau, auch? Nein, er ist ein Mann. Er singt, auch. Oh, wow! Wir haben nur noch vorhin zusammengebrochen. Er schreibt die Musik, ich adde die Lyrics. Ich versuche noch nicht, ob ich mit dem Konzent. Hold on a sec. Ist der Keyboarder dein Freund? W-What? Nein, er ist nicht. Hm. Wie confident bist du über den Konzent? Ich, ähm... Ich habe mich einfach verloren. Ein bisschen verloren. Ich meine, Tommy ist großartig. Ich kann nicht näher kommen. Spielen gut ist nichts, aber Spaß. Tommy, komm hier! Was? Was? Zwei Gitarren sind besser als eine. Was? 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 Jetzt, dass ich weiß, dass du den Konzent. Ich muss hören, was du tun kannst. Ich, äh... Genau, Tommy? Nur eine Song. Hast du in, Ashley? Bitte lass das kein Rhythmusspiel werden. 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 Es ist ziemlich schwer, dass es ja sagen wird, wie gut Tommy ist. Aber wenn du die Gitarre sehen möchtest, ich will wirklich meine Hände auf sie. Okay. Just... Welch Zufall! Ich spiele in Acoustic. Es hat aber auch ein Pick-up. Eine Acoustic Elektrik, hm? Welche Effekte? Nein. In diesem Fall wird es viel anders aussehen. Was denkst du? Ist das okay? Ich gebe es einen Schuss. Ich weiß nicht, wenn ich es probiere, oder? Sehr Punkrock von dir. Okay, lass uns das machen. Ah, Gott sei Dank! Danke schön! Oh Gott sei Dank! Dankeschön! Whew! Wow, du hast echt sich um einen Schuss, oder? Na, ich war etwas teuer, wie... All das teuer. Du fährst zu schnell, Tommy! Beide ich an! Wow, you're not bad You're amazing, Tommy You're gonna win that contest for sure Thanks, but What's wrong? We lost the demo we recorded for the contest It was on Elizabeth's music player But she lost it somewhere We could just re-record it, but That was our best performance ever Don't say we can re-record it, ain't that easy I know, I know You don't think lightning can strike twice And Elizabeth doesn't come to practice But we could really be something special That's why we're here practicing It's how we get better Come on, let's get back to it Got it Wer ist jetzt nicht aufgefallen? What would the diner do without you? Are the future rockstars practicing hard? Hey Ashley, glad you came I heard you have the best food in town When are we gonna eat? Didn't mean to keep you waiting Sorry about that kiddo I'll whip something up on the double Ich hätte hier dieses Kack gesagt Wenn du mir so kommst, noch länger Thanks You got it You seem like a really nice guy Nice? Who, me? Yeah, you You even let Tommy and his friends practice here I don't think most restaurant owners would do that Ah, well That's no big deal Look at their faces Who could say no to that? Reminds me of my younger days I was a bit of a troublemaker But now I had my passion Thanks for everything, Bob You know, it says gratitude Spending some money Perfected the art of sipping a single soda so slowly Ja, das kann ich aber auch sehr gut Einfach da sitzen und ganz lange An einem Glas Cola sitzen Das sind Kinder, ha, was kannst du tun? Was würdest du essen, kiddo? Anything good Oh, well In diesem Fall Ich habe nur das Ding für dich Salmon-Reisburger Es ist das most popular item On the menu Ich habe nie einen Reisburger before Es ist ein leckeres Salmon-Fillet Entfernt zwischen Reisen Alter, ich muss nur rennen Dann kann die Katze bitte mal So langsam Was wird das hier 20.15 Uhr Bevor das kommt? Wenn ich lieb's, dass es so viele Katzeans gibt, aber Deine Tastepadze will nicht wissen, was sie aufhört Well, du klingst es so gut Ich habe auch eine ewige Zeit Kann man auch eine ewige Zeit, ne? Kannst du sogar so viel essen? Ich kann sie essen Ich bin starb Du kannst auch zwei, keine Probleme Und was hast du, Miss? Ich habe nur einen von ihnen Kommt sofort hin Sie werden bereit in einem Jiffy Also einfach aufhört Kann ich jetzt bitte speichern? Kann mein Vater hier viel kommen? Sicher ist es Doc Robbins ist einer meiner Regulärer Überrascht mich nicht Weil er wirklich nichts würde er selbst für dich kosten Kosten, kochen Kommt mit seinem Freund, der Direktor von JC Valley Oh, wow Er ist Freunde mit Elisabeth's Vater? Sie sind sicherlich zusammengekommen Wir schauen uns auf die table neben der Entrance Die neben der Wand mit den Fotos? Ja Das ist der Unfalle Sie immer schauen in diese Fotos Chatzen, lachen, haben eine gute Zeit Wow Dr. Robbins ist in einer der Fotos. Schauen wir mal. Alles klar, es ist bereit. Ich zeige euch jetzt den Salmon-Reis-Burger. Es sieht wirklich gut aus. Es riecht groß. Es sieht so gut aus. Los geht's rein. Es war nur so gut, wie es sah. Vielen Dank. Ja, es war super lecker. Jetzt war noch einer übrig. Jetzt nicht mehr. Jesus, Matthew, du musst wirklich sterben. Jetzt, kann ich dich interessieren? Keine Ahnung, ich bin entzündet. Ich werde die Fotos anschauen. Äh, gefunden. Okay, so interessant wird es doch nicht. In diesen Leuten vielen Dank fürs dabei sein. Am nächsten Mal gibt es den Kranich und die Fotos. Macht es nicht gut, macht es besser. Euer Schraubsel. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen nach oben. Abo, ihr kennt den Quatsch, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.